Das wird heiß. Oben geht alles in Ordnung. Alles gut gelaufen. Adrian Böhle dürfte da auf der zweiten Position den Berg herunterkommen. Adrian Böhle 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 Und dann sieht man, der andere gleich wird danach hinzu, da die Abzüge ein bisschen verbranzt. Und damit dürfte mein Franzoländer, der 45er, wenn ich es richtig im Moment noch sehen konnte, auf die zweite Position nach vorne gekommen sein. Aber schlagen Sie mich nicht, wenn es nicht stimmt. Hier einfach ein bisschen, wenn es nicht stimmt. Ja, so ist es, die 45. Fröhle ist der 2. Ja, da vorne, da ist es eigentlich, der hat ein paar Fehler. Kirill Iwanikow auf der 4. Dann kommt Stettina und vorwachsen. Und das letzte Moment. Abwehrschmunker. Eine Runde. Dann war Höhle. Ah, da mach ja, ich bin halt nicht verschieden. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir gehen in die letzte Runde. Wir gehen in die letzte Runde. Und wir wollen den tabellierenden Bernd-Schlupf-Applaus wählen für den Erdogan-Meister. Wir werden ganz wohl seinen zweiten Krieg in der Zeit verhindern. Gleichberechtigung wird der Zweiter, Roman Kerker. Roman Kerker wird der Dritte. Und der Zweite in der Vigilität.